ja hallo und herzlich willkommen zu meinem channel ich hatte ja schon das andere video euch gezeigt mit dem angebot mit der gopro und jetzt bin ich mal gespannt die ist heute gekommen ich habe schon etwas vorbereitet um nicht hier den karton komplett einmal aufzuschneiden mal sehen was hier drin ist was geliefert wurde also das versprechen wurde gehalten die haben sich in zwei tagen geliefert wie angekündigt sondern es hat im endeffekt drei tage gedauert heute ist mittwoch und es hat aber alles gepasst so jetzt gucken was da gekommen ist es ist einmal die gopro und das battery pack und siehe da in der kiste noch die speicherkarte ich hatte doch euch gesagt es ist ein bundle und ich habe euch auch versprochen dass es hierzu dann auch ja alles da und die videos werden jetzt auch ab heute besser werden gut vielen dank